Da werden die Heli dreidimensional nach Musik durch die Luft bewegt. Henrik, fliegst du wieder nach Mucca oder einfach so, just for fun? Lass uns bitte leben, wa? Dankeschön. Oh, guck mal, der Heli zittert schon. Ja, bitte, vor Woche Angst, was da ist passiert. Ich auch. Jetzt ist es aber los. Aufgepasst. Zuck, zuck, zuck. Und, bisschen Zuck, und, und, Zuck, Schnellung, und zack, 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 zack. Vollkommen krank. Ein sogenannter Speed-Zirkel. Den Rest kenne ich nicht mehr. Aber auch hier, wie er sich jetzt hier, es gibt wirklich für mich die Dürrung, die Eifel, die Eifel, die wir haben. Vollkommen krank. Henrik, kannst du den Big Ben? Wenn du kannst, nick mal bitte. Er ist voll sein Regiment. Er lässt sich nicht beeindrucken. TikTok. Das ist TikTok. Das ist genial. Das ist genial. Der Mike schreit schon, lower, 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 Literometer. Hendrik, lass den Heligatz. Das ist wirklich atemberaubend. Jetzt will er nach vorne mähen. Schau mal. Zack, weg ist er. Oh, das ist so cool. Die Bar ist doch hier angedacht. Der Schöne ist einer, in 4 Minuten hat der Spaß gewünscht. Er ist aktuell 12 ist. 12 heißt 4 Minuten. 4 Minuten. Dann nehmst du mal locker 180 am Kehrsturm durch. Echt? Das ist so cool. Ja. Man muss aber auch sehr, weil es ja zu sagen, Hendrik ist mittlerweile ein Video von einem regulierten Lehrsteller. Aber auch das muss man sich hart erlauben. Vorsicht, Heckrotor, Hendrik. Du hast bloß ein. Das ist überhaupt jedenfalls ein... Ja, das ist ein Rotor und Umhalt. Ja. Aber wenn man einfach... Das ist richtig. Es geht ständig von Positivpitch auf Negativpitch. Das geht hin und her. Eieiei. So, Hacke leer. Mach bitte viel Spaß. Ja, das ist ja. Das ist schon so gut, dass die Arten geholfen ist. Weniger Positivpitch hier. Wie, wo, was da hin pronouns? Oh, Leute, Leute... ... Justin, 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 Justin aka. Alles ist schon gut. ... und zu etwas Anderen aus. Damit man das auch... Ich brauche immer noch was. Und ja...